Mein Name ist Roger Silva, ich bin 51 Jahre alt und arbeite bei der Hamburg Süd als Teamlead für Serviceportfolio und Servicekatalogmanagement. Grundsätzlich natürlich in IT als IT Service Management Tool. Wir bilden Service Requests darüber ab und wir haben die ersten Ausläufer in die Fachbereiche. Ganz besonders prominentes Beispiel gerade ist unser HR-Bereich mit dem Service mobiles Arbeiten. Was ist das beste Tool, das wir gefunden haben im IT Service Management Bereich? Es ist kostengünstig und wenn jemand wirklich Service groß schreibt, dann die USU und das wollten wir in unsere Organisation reintragen. Was ist das Beste Tool? Innerhalb der IT definitiv die Service Orientierung, Service Zentrierung, die wir dadurch, dass wir das Selberleben in die Fachbereiche hinaustragen und das Verständnis für Services greift in die ganze Organisation. Wir entwickeln uns zu einer servicezentrierten Organisation. Also werde ich mit den wichtig viel technique 이쪽 を